Was sehen wir hier richtig? Den Wendelstein. So sieht es im Mai aus. Es wird wahrscheinlich wechselhafter werden. Grüße Sie damit auf Wetter.com. Wir schauen uns den dritten und letzten Mai-Trend an. Und wie immer an dieser Stelle der Blick auf das NOAA-Modell. NOAA ist ein bisschen kälter geworden jetzt für den Mai und macht ausgeglichene Temperaturen. Über West- und Nordeuropa leicht zu warme Temperaturen. Aber das Modell ist wieder deutlich trockener geworden. Das heißt, in Deutschland hätten wir vor allen Dingen im Norden und im Alpenraum zu trockene Witterungen mit zu wenig Regen. Warten wir mal ab. Die Wetterlage, die dafür dann verantwortlich wäre, wäre ein kräftiges Hoch über Nordeuropa, tiefs im westlichen Mittelmeerraum und über dem östlichen Europa zusammen mit einer erkühleren Nordostströmung. Jetzt blicken wir aber mal auf die aktuellen 15- bzw. 16-Tage-Trends für den Norden und den Süden. Und da sehen wir hier die Durchschnittslinie aus 30 Jahren, der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe und das Mittel aller Modellläufe. Und das liegt durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Und vor allen Dingen erkennen wir immer wieder Niederschlagssignale. Die meisten im Süden, und da sind schon ein paar heftige Kaliber dabei, getreu dem Motto Mai kühl und nass. Das heißt, wir können zusammenfassen, die erste Mai-Hälfte wird wahrscheinlich relativ wechselhaft und kühl mit folgender Großwetterlage. Einmal das etwas nach Nordosten verzogene oder gezogene Azorenhoch, ein Kontinentalhoch und Tiefs, die über Nordeuropa weilen. Und ab und zu gibt es dann eben einen Ableger des Hochs. Das heißt, bei uns ist es etwas wärmer und sonniger mit einem Zwischenhoch, einer Hochdruckbrücke. Und dann ziehen die Tiefs wieder weiter bis in den Süden rein und bringen uns eher wechselhaftes und kühleres Wetter. Stichwort auch Eisheilige, wo dann genug Regen dabei wäre. In der zweiten Monatshälfte sieht es so aus, als würde sich das Hoch dann wieder Richtung Norden bewegen mit einer eher östlichen Strömung, wie wir es eben im Noa-Modell gesehen haben, die Tiefs über dem Mittelmeerraum und über Osteuropa. Das hieße, es würde nicht allzu warm werden. Und im weiteren Verlauf Richtung Ende Mai, in Blick Richtung Juni, würde sich das Hoch dann aus dem Norden wieder verabschieden und eher in den Mittelmeerraum ziehen. Mit einer südwestlichen Strömung profitiert dann der Süden eher von wärmerer Luft, teils mit Gewittern. Und im Norden versucht es dann die kühle Luft von Nordwesten immer wieder. Das heißt, hier versucht sich der Sommer aufzubauen. Und jetzt ist ja die Frage, die so viel diskutiert wird, kommt ein neuer großer Hitzesommer? Der Mai wird schon mal nicht mitspielen. Spielt denn der Juni mit, so wie es momentan aussieht? Das jetzt mal einfach nur so gesagt, wird der Juni zwar sehr viele schöne Phasen bringen. Es wird einer der schöneren Sommermonate werden, aber nicht heiß und zwischendurch auch nass und saftig genug.